Ich komme kurz hin hier zu den Jungmanns, mal ein bisschen Information, wie viel PS hat er denn? 150 PS. 150 PS, Baujahr ist? 150. 160. Riebevoll restauriert. Was meinst du? Schaffst du es gut holen? Nein. Das ist gut. Okay. Wir schauen einmal. Was los ist? Jetzt sind wir die Kette auf der Strecke gekommen. Diese Abgasfolge hier beim IFA ganz langsam die Kette stramm gemacht. Da bin ich ja mal gespannt, ob die 150 PS ausreichend, um das Gefährt in Richtung Kultmarke zu bringen. knocked er dir. Sie streißen auf der Drift, der Fertigloch fr charge�t. Alles ist gut. Vielen Dank. Ja, das ist aber was. Fantastische Leistung. Fantastische Leistung hier. Und er lässt sich ruhig annehmen. Das ist absolut richtig. Wurde aufgepasst. Der zu große Garten könnte ihn nachher auf die Rettungsstelle graviert tun. Dementsprechend hat er die Garten ausgewählt. Und ich will nur sehen, wir haben uns bei uns ein paar Stunden höchst. Es kann ja nicht haben, wir sind die Garten, dass wir auch noch. Wir haben uns in der Garten, wir haben uns in der Garten, wir haben uns in der Garten. Und wir können uns in der Garten ausgewählt. Wir haben uns in der Garten ausgewählt. Wir sind in der Garten. Wir sind in der Garten. Wir sind in der Garten. Jetzt ist unser Job hier, ist auch in 8.80 Meter, die Bank ist gleich vorne, sind vorläufig Tügel, und das ist viel entlang für ihn aus, jetzt wird er nicht schön, er schreit sich runter hoch, das ist gerade so gut gegangen, das ist ein ganz Kürzel. Ein so viel, das ist voll extrem, das ist ein ganz Kürzel. So, auch jetzt, grüne Flagge für den PEN, wenn Herr Vogel am Steuer wird, dass der Zweige kontrolliert wird. Oh, und der wird los. Jetzt haben wir den Ausflug, das ist der Schlagflugger entscheidend aus dem Kulte raus. Die ersten Kulte hat er abfordiert und er ist auf den Wind zur 90-Meter-Mate, aber er wird verdammt ruhig da hinten. Wird das am Runde an Kultul-Berling oder... Ich glaube, der ist vor der 90-Meter-Mate, das ist die große Frage. Der Kuhweg nimmt auf den letzten Hintern, gegen die Bratsfrage, der hat 18 Tonnen gewischt, aber es sieht gut aus, er geht über die volle Distanz und daher hat auch er den Kultul in der Tasche. Liebes Kugel, der hoch ist, der Kulte raus, der Kulte raus, der Kulte raus, der Kulte raus, die Kulte raus, der Kulte raus. Sport-Edition, der Turbolader haucht den kleinen IAC-Liebelein. Und es geht auf den linken Richtung 90-Meter-Marke. برgrenzen. HLiebelein. Kulte raus, die Kulte raus, die Kulte raus, kulte raus, die Kulte raus... lke lustig. L пять, bis hier jeden Applaus! Er ist ein 3,5 Tonnen schwerer Sportklassen-Schnepper bei 2700 und Drehungen mit Turbo auf Ladung. Die Drehung ist ein 3,5 Tonnen schwerer Sportklassen-Schnepper bei 2700 und Drehungen mit Turbo auf Ladung. Die Drehung ist ein 3,5 Tonnen schwerer Sportklassen-Schnepper bei 2700 und Drehungen mit Turbo auf Ladung. Die Drehung ist ein 3,5 Tonnen schwerer Sportklassen-Schnepper bei 2700 und Drehungen mit Turbo auf Ladung. Die Drehung ist ein 3,5 Tonnen schwerer Sportklassen-Schnepper bei 2700 und Drehungen mit Turbo auf Ladung. Die Drehung ist ein 3,5 Tonnen schwerer Sportklassen-Schnepper bei 2700 und Drehungen mit Turbo auf Ladung. Die Drehung ist ein 3,5 Tonnen schwerer Sportklassen-Schnepper bei 2700 und Drehungen mit Turbo auf Ladung. Die Drehung ist ein 3,5 Tonnen schwerer Sportklassen-Schnepper bei 2700 und Drehungen mit Turbo auf Ladung. Die Drehung ist ein 3,5 Tonnen schwerer Sportklassen-Schnepper bei 2800 und Drehungen mit Turbo auf Ladung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.